Die PD-Glas-Seiten GmbH Oschatz ist ein Unternehmen, was durch hervorragende innovative und kreative Produkte am Markt bekannt ist. Die Produkte kommen unter dem Synonym Oschatz-Glas an den Markt und genießen einen hohen Qualitätsanspruch und finden auch einen großen Kundenkreis, nicht nur in Europa, sondern auch in Übersee. Viel Energie ist erforderlich, um aus Mineralien Glas zu schmelzen. Seit Alters her nutzen Menschen Glas, um Licht in ihre Räume zu bringen und durchsichtige Gefäße zu fertigen. Auch das Prinzip Glasfasern zu ziehen ist seit langer Zeit bekannt. Aber ein wirklicher Bedarf an solchen Fasern entstand erst in neuerer Zeit. Während Scheibenglas oder Glasgefäße uns Einblicke gewähren und ein Hindurchsehen ermöglichen, wird man diese Fasern im Endprodukt nicht mehr sehen. Sie werden zu Verstärkungs- und Trägermaterialien verarbeitet, aus denen vielerlei Verbundwerkstoffe entstehen. Gefördert durch umfangreiche Investitionen und getragen vom Können der Mitarbeiter, konnte das Unternehmen mit eigenem Know-how am Markt bestehen. Im internationalen Wettbewerb setzte man auf Joint Venture, um erfolgreich mitzuwirken. Es gelang, Produktions- und Bezugslinien in Russland, China und in Lettland aufzubauen.